Die Wir riskieren ein Verhandlung mit dem jemenischen Regierung, wenn ihr herausgefunden habt. Bitzpaaa 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 Boah, Junge, wo bin ich? So, mach mal. Könnt ihr aus wie ein lustiger Roboter rumfliegen lassen, so eine Drohne. Hast du gar nicht. So, jetzt mach. Doch, hab ich. Jetzt zieh mal zu, dass du hier mal ein bisschen Skilledst. Da sind auch Hunde bei. Ich markier mal lieber einen Hund, ne? Hm. Geht nicht. Ich muss erst einen anmarken. Das finde ich irgendwie ein bisschen lächerlich, muss ich sagen. Warum deckst du eigentlich nicht die Treppe dahin? Kann ich nicht sagen. Ich hab gerade Aussicht auf Kills. Da kommt jetzt aber immer die Treppe hoch. Ja, ich bin gleich da. Du bist sonst wo, Alter. Ja, ich hab schon 2 Reisewander. Aber Stealth, Mann. Pass auf, geht da nicht hoch. Das kannst du. Da kommen jetzt, pass auf, da kommen viele hoch. Ich bin tot. Ich bin tot. Hast du den Typen, der dich umgebracht hat? Ja. Ich komm gleich. Warte kurz, halt kurz durch. Cause you're a motherfucker. Alter, ey. Was denn? Weißt du, was das mieseste Video wäre auf YouTube? Was denn? Diesen Scheiß hier am Stück durch, ohne zu sterben. Ja, okay, ja klar. Ich würd's ja eh zusammenschneiden. Meinst du, wir ziehen durch bis Welle 20? Ja, wir können uns schaffen, aber wir müssen erst mal uns nicht um das Equip besorgen vielleicht. Ich hab gutes Equip. Na gut, vielleicht mal irgendwie richtige Waffen. Das wär vielleicht mal was Vernünftiges. Kann man sicherlich gebrauchen irgendwann mal ab einer bestimmten... Na? Target neutralized. Ja, ich weiß nicht, Alter. Meinst du, wir haben das genug Equip dafür, um das hier bis 20 zu schaffen? Guckst du eigentlich auch oben? Klar, ich nehm doch hier Leute ran. Gut. Alles was hier hinten hochkommen will, äh, kassiert. Ich hab da mal so drei Stück markiert. Na, die hängen da draußen rum, ich seh schon. Sonst seh ich auch niemanden gerade hier rumlaufen, wenn ich ehrlich bin. Ich trau mich nur noch nicht ganz raus zu gehen, weil wenn du einen killst und dann kommen die anderen fünf, die noch übrig sind. Und dann bist du draußen, meine ich, das wär ungünstig. Na, es kommen ja keine anderen fünf, wir sind ja, wir haben ja jetzt schon... Warte, 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 ich kann ja mal was ausprobieren, lass mich mal kurz was machen. Hallo. Also... Wieso kann ich den jetzt nicht benutzen? Na, ja klar. Siehst du, und da, und das meine ich nämlich. Und genau da sind wir jetzt auch schon. Ich bin hinten, naja, ich sitz hier, gucke. Aber jetzt probiere ich mal was aus. Guck mal jetzt. Nein! Oder habt ihr, ich hab die erwischt. Hast du die Explosion gehört? Ja, ja. Gut, ne? Ja, da sind nur noch die beiden bei dir da. Was knickerst du denn hier so rum? Ja, sie zeigen sich ganz schön unbeeindruckt von meinem Geclicker hier. Lass mich doch hier, ich kann doch hier was machen. Aber... Cause you're a motherfucker. I wanna go fucker. Yeah, yeah. Oh, oh. Bestellen. Du weißt genau, dass es dein Lockerlange im Internet ist, man. Ja, genau das ist auch so mein Gedanke. Und du wirst sehen, wir werden uns so fettkolle Pizza bestellen, aber. Die fetteste überhaupt. Ayo. I want all of you stretching the end. Cause you're a motherfucker. Yeah yeah. Oh wow. Immer wieder gut. Ayo. Absolut. Ich sag dir der Typ hat auch ne richtige Macke. Oh ja. Yeah yeah. Oh wow. Cause you're a motherfucker. Fucker. Target neutralized. Yeah yeah. Oh, ich bin doch. Ein Idiot ey. Buh. Nah. Buh. 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 Yeah yeah. Oh wow. Cause you're a motherfucker. Fucker. Target is neutralized. Shoot. Wait. I think he's still alive. Multiple casualties. Everyone spread out and search. Komm doch raus. Mhm. Ja. Na ganz klasse. Man ey. Manchmal stell ich mich aber auch an. Der immer noch 17. Das passiert. Klicka, klicka, klacka. So, sagen wir was so wild. So ne scheiß Kamera ist schon ein bisschen. Ein bisschen krass man, hast du gesehen? Es waren wieder 3 oder 4 Leute in einem. Bisschen OP meinste. Oh. Yeah yeah. Oh wow. Ey, wie kurz davor das Lied anzumachen, ne? Oh scheiße, Alter. Na guckst du oben? Ich guck schon. Naja, ich guck dir schon. Hier ist eh grad nix los. Die rennen gerade alle draußen rum. Du bist einfach rausgemarschiert. Naja, ich wollte ihn eigentlich noch erwischen. Aber war nicht. Ich lauf ihn einfach mal hinterher. Cause you're a motherfucker. Yeah, yeah. Okay, okay, okay. Ungünstig, wurde gesehen, wurde gesehen, wurde gesehen. Ich bin im Arsch. Ich bin im Arsch. Pass auf, da kommt ein Hund hinter dir. Zwei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hilfe. Hilfe. Komm zu mir bitte. Echt, ja? Naja, jetzt kommt hier hinten einer rein. Du schaffst es da, oder? Ich will nur den hier kurz ausschalten, dann komme ich sofort. Und jetzt kommt noch einer rein. Ist noch gut dabei? Jo. Königlich sogar. Ja. Ja. Ich hab ja noch meine Sticky Cam da unten. Ich kann zwar kein Gas mehr machen, aber ich kann die Leute wenigstens sehen hinbekommen. Ja, da unten steht irgendwo einer drinnen bei dir. Guck mal wo der Rest hier ist. Ja, der Rest rennt hier außen rum. Komm hier und hilf mir zu suchen. Auf meine Weg. Also, einer kommt dann noch bei dir rein. Die anderen drei sind... Die anderen vier sind bei mir. Und zwar noch nicht drinnen, aber... So, nach dem kommt jetzt noch einer. So, alles geklärt. Ja, nein, nein, da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Ja, ja, einer kommt noch. Die anderen vier sind dann hier, dann kannst du rüberkommen. Warte. Ich denke, er ist still alive. Ah, ich sehe ihn. Da ist er. Jetzt geht er gerade zu mir. Das war dein Fehler, jetzt ist er nämlich... ... im Arsch. So, jetzt sind aber alle tot bei mir, ja? Jo. Gut, dann komme ich mal zu dir. Pass auf, die kommen jetzt hier hochgerannt. Die haben gelockt. Nein. Gut. 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 Ah, wir haben es schon. Nein, jetzt rennt der los, ey. Okay. No, fuck. Nick, der kriegt mich echt noch. Ich pack's nicht. Nein. Oh, war das Lush. Oh, Alter. Er hätte mich aber auch noch verfehlt. Ja, verstehe. Oh, der letzte. Das wäre so ein Lush. Oh, ja. 24 in Welle 8. Mannlich. Hm, sie spawnen in unserem Arsch drin. Ja, sie spawnen in unserem Arsch drin. Das ist jetzt echt uncool, muss ich sagen. Yeah, yeah. I think we've got an intruder. Woah, woah. Cause you're a motherfucker. Oh, scheiße. Ach so, gleich zwei unten, oder was? Ja. Ha, boah. Ich kenne mich am Arsch, Alter. Ja, das müssen wir auch noch mal überdenken. Ja, ohne Taser ist echt schlecht. Man, mit der Pistole kriegst du die einfach nicht so schnell down. Ja, wir sind irgendwie von draußen, ne? Ja, wir sind irgendwie von draußen, ne? Hm. Ich glaube, ich werde jetzt die ganze Runde nur hier dranhängen und warten, bis hier einer ein bisschen vorbeiläuft. Ja, gut, wenn sowieso alle drinnen spawnen können, was wir eigentlich echt machen. Komm, der Intruder! Find ihn! Someone is here! Everyone, order! Nein, Mann. Nicht, nicht, nicht. Nein, nein. Ich hätte gesagt, wenn beide draußen sind, können wir gemeinsam, aber... ...so nicht. Search the area! Now! Sieht ziemlich affig aus, muss ich ehrlich sagen. Vor allem, wie man dann manchmal so abhüpft, wie so ein Affe, Alter. Oh. Oh, oh. Geh mal rüber. Da kommt noch einer. Naja, ich bin auch hier. Ich kann nicht. Mach Geräusch, dann kommt er ran. Ich kann jetzt hier. Kannst du? Nee. Gleich aber. Drück, drück, drück. Mann, war das satt. Hm, nicht wahr. Da ist ein Köter, der blöde glotzt. Soll ich den mit Tasern? Dann lass ihn auch glotzen. Der mit den Tasern. Scheiß Köter. Oh, oh. Nee, doch nicht. Alles gut. Die sind zu dumm. Die werden uns nie erwischen hier. Guck mal, guck mal hier. Ah, nein, nein, nein. Nicht weglaufen. Scheiße. Alter, wo rennen die jetzt alle hin? Ich weiß auch nicht, wo die hinwollen. Oh, oh. Die rennen nach draußen. Die rasieren uns gleich von hinten im Arsch, oder? Ja. Guck mal, wo sie hinrennen. Guck. Scheiße. Wir sehen uns. Vielleicht was ich davon halte. Nichts. Ja, den einen hab ich da hingeschockt. Oho. Ja. Fuck. Ja. Oh, scheiße. Mach's gut, ey. Okay. Ja, okay. Ich hol dich mal, würde ich sagen. Ja, leider hab ich jetzt kein Radar, wenn ich hier unten liege. Also weiß ich nicht, wann die jetzt wohl... Oh, hier ist einer. No, schock ihn mal. Wo, wo? Äh, ja, ja. Alles gut. Wir können uns hier erstmal wieder ranhängen. Nur noch der eine da hinten draußen, der markiert ist. Den können wir dann einfach schocken. Häng mich erstmal hier drinnen dran. Oh, den draußen hab ich auch. Jetzt erledigt. Ich höre dich. Check die nächste Area. Kommt da bei mir her? Nö. Also von mir, aber von meiner Seite aus meinst du? Oder wo? Insgesamt? Nö, sowieso nicht. Bei dir ist gar nichts. Die sind nur drei jetzt im Moment glaub ich noch. Und die sind hier halt. Und gehen jetzt dadurch gerade hoch. Die sind auch noch mal drinnen. Um. Die sind zwar nicht schocken. Ja. Okay, nicht sicher. Diener läuft zum Beispiel einer. Jetzt seh ich nix Ja, dann könnt ihr jetzt da rechts auf den Balkon laufen, gehen wir nur nach da rechts Sehr schön Na, der andere kommt jetzt hier links Scheiße Na ja, läuft da drinnen dann Eddie ist klar Ist alles okay? Oh scheiße Wo rennt denn der jetzt hin? Warte, ich denke, er ist noch immer wieder Er schaut, bis wir ihn finden Mann Ey, das reicht mir jetzt, ohne Scheiß Naja, er kommt jetzt hier Ey Er kommt jetzt da hoch, pass auf Warte, ich weiß nicht Ich bin jetzt hier Entschuldigung Entschuldigung Na die kommen wieder von draußen jetzt. Geh mal, wir kommen mal wieder lieber rein. Der Köter kommt schon näher. Den kümmere ich mich gleich. Na gut, ich hab Stickycam unten. Jetzt rennt der Köter wieder weg. Was ist denn mit dem? Ich guck wieder meine Ecke hier hinten. Ja ja, mach das. Ja, mir ist gerade nix los. Weil die auch noch nicht so richtig aus. Langsam Konder welche. Jetzt kommt der Köter hier bei mir wieder. Jetzt komm her, du scheiß Tricksköter. Jetzt reicht's. Ja, die kommen nicht. Die chillen alle draußen. Also zwei stehen vor deiner Tür und einer bleibt hier bei mir unten rum. Nein, hier sind sogar drei, glaube ich. Doch, einer kommt jetzt rein. Einer kommt rein. Jetzt hätte es nicht wirklich viel gerissen. Nein, jetzt kommt noch einer. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Was ist da? Was ist da passiert? Was ist da passiert? Der eine nervt mich übertrieben, der da so am Campen ist, in der Packschmilz. Der geht da gar nicht. Ich verstehe. Du meinst den da oben? Nein. Unten. Der läuft ja einfach nicht. Ja, das ist richtig. Deswegen schnapp ich ihn mir jetzt. Na ja, ich gehe dann hoch zu dem anderen. Wenn du den noch hast, hast du ihn? Ab ihn. Oh oh. Scheiße, Alter. Das ist nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Oh fuck. Da sind schon die nächsten. Hol mich schnell, bevor die ihn sehen. Was ist die Motherfucker? Bist du da reingegangen? Oh, bin drinne. Haben wir einfach vor. Ich dachte, wir schnappen uns die beiden jetzt. Na, ich hab die Hosen voll. Was sind eh wieder rausgekommen? Die hängen doch eh wieder in den draußen rum, die beiden. Ah, die gehen gleich rein. Sind dann drinnen welche noch andere? hissen und bemer mich nicht schon. Es ist auch noch nicht gebro. Dann drinnen welche noch hin und zum Nehmen Sie sich das nicht an. Also ich bin, dass das nicht schön ist. Så, ich bin so gut, dass wir sie hier eine flachartige lässt. Weil ich bin so gut, ich bin so gut. 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 Na, achso, nein, das sehe ich ein bisschen anders. Die sind alle hier, bei dir ist nichts. Du kannst hier rüberkommen im Prinzip. Komm jetzt. Ich weiß nicht genau, wo die sind, ob die oben sind oder unten. Warte mal. Da kommt noch. Ach, scheiße. Na, warte, musst schon herkommen, wenn du was willst. Oh, oh. Oh, scheiße. Ja, sehr gut. Ja, der hat ja voll gepasst, Alter. Was dauert die ganze Zeit am X-Hämmern, ja? Ja, wie ich ja. Und zack, den habe ich ja auch. Ja. Oh, scheiße, hinter uns sind welche. Sieht so aus, ja. Da oben ist aber auch noch leer. Ja, deswegen. Packst du dir den? Wenn ich ihn sehe. Naja, ok, nee, der ist irgendwie weg, der ist jetzt unten auch, der ist rausgerannt. Aber jetzt kommt da, pass auf, da bei ihr kommen welche. Komm Leute, kommt jemand. Genau. Jetzt ist wieder Ruhe. Mhm. Man kann er sich mal so da rüber lehnen, wie sonst auch. Sag mal, wenn was kommt bei dem. Ja, aber er lehnt sich ja nicht so richtig über diese scheiß... ...Fans darüber. Ja, geht doch. Teuer ist ja den Typen trotzdem nicht. Okay, try to next sector. Okay, try to next sector. Okay. Alright, I'm going to go check it out. Hm? Kommen der. We have a shooter. Kommen der. We have a shooter. Und? Und... ... ... ... ... ... ... ... Ich glaube, wir haben einen Intrusor. Ich bin einer mit einem Match-Shot gekillt. Mhm. Ich dachte, wenn bei mir einer kommt. Ja, kommen welche. Noch wer? Mann, du sparst... In die Twilight kommst du bloß mal in dieses... Ja, wer hat mich jetzt gesehen. Mit Feeling. Du musst es raus haben mit dem Dreh. Dann kommst du da schnell dran. Nice. Wir sehen, wie ich ihm ins Gesicht getreten habe. Scheiße. Wo bist du jetzt eigentlich gerade? Oben. Oh fuck. Das war nicht... Nein! Nein! Hehehehe. Maul. Jeder hängt. Das ist zu gut. Nein! Warte, hier sind ja tausend Mobs hinten. Komm! Ich brauche Hilfe mit dem. Okay! Aber nicht bei mir. Ja, nein. Du hängst da nur in der falschen Ecke. Dann muss ich hier weg. Hier sind ja sogar 7. Wo denn? Alle hier bei mir. Alle hier bei mir. Aber pass auf, oben sind da auch welche. Also ich würde da jetzt nicht unbedingt da frei rumrennen. Da kommt mich gerade... Ja, den kannst du gleich packen. Oder auch nicht. Das ist eine undurchdringliche Glasscheibe. Kannst du sich zu einem Problem entwickeln, der Gegner hier. Ja. Pass auf, Dicke. Da kommen auch zwei von der anderen Seite gelaufen. Von unten jetzt. Ja, das ist jetzt ungünstig. Gib mir eine Hand hier, Briggs. Yama. Entschuldigung. Mach doch dann noch ein paar. Dann kann ich dich gleich retten. Nein, oder auch nicht. Ich habe zwei noch genommen. Ja, du schaffst es. Du schaffst das. Es sind nicht so viele. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Was warst du denn da so rum? Ich bin es nicht. Wer schießt denn da oder was? Ich weiß es nicht. Ich bin es nicht. Hast du ihn gekillt? Nein. Nein, du guckst mir doch zu. Ne, eben nicht. Ich kann mich irgendwie immer noch bewegen. Naja, hier guckt der ballert die ganze Zeit. Scheiße, wer steht da draußen? Du nimmst die Locker noch an Scheiße Geh mal, hast du es? Nee Ich bin total verbuggt man, ich kann mich irgendwie immer noch umschauen Ich sehe überhaupt nichts jetzt da durch Ja, komm, die zwölf Stück schafft er wohl noch, oder? Hm Du bist gerade bei mir, sehe ich doch Okay Duh. Das hängt alles an dir jetzt, ne? Ist dir klar? Hoffe ich doch. Jo. Oh scheiße, jetzt sind hier drinnen welche gespawnt, ich könnte es so kotzen. Die haben das Rohr. Ja, da komme ich jetzt ungünstig hin gerade. Da war einer ziemlich laut hier gerade, ich glaube hier ist einer. Ja, ja, ich sehe die auf dem Radar. Überall sind welche. Oh scheiße sind die nah. Boah sind es viele die hier gerade rumstehen. Sechs Stück. Welchen die einzeln irgendwie, ne? Ich habe nur noch fünf Schuss mit dem scheiß Taser. Ja, die sehen mich gerade. Die laufen gerade drei Leute hoch. Hm. Ne, zwei. Hm. Du solltest vielleicht Sticky Cam hinmachen irgendwo. Ja, erstmal packe ich mir jetzt hier ein. Nice and quiet. So, jetzt sind es noch vier. Also insgesamt sind es noch acht, aber jetzt die hier gerade rumlaufen. Dann sind wir jetzt so weit wie fünf. Jo. Wobei nein, es sind fünf. Und draußen ist auch einer, also sind es sechs oder so. Ja. Mach Sticky Cam. Mach Sticky Cam. Ah, warte. Machst sie irgendwo hin, wo sie eh langlaufen. Und mit den Gards ist da ziemlich gute Range auch. Du klickst ein bisschen, dann kommen sie in die Nähe und dann macht sie einfach. So, drückst du A, dann sind sie weg. Okay. Ja, komm jetzt, Schweig. Das ist perfekt. Ja, genau so. Oh, scheiße. Scheiße. Boah, nein. Boah, ich habe ihn noch. Fuck it. Er stand einfach in meinem Gesicht, ne? Und ich bin ja gerade erst aus der Kamera raus da. Oh, zum Glück habe ich... Stell dir mal vor der... Ach, ne, jetzt muss ich mich nicht erwischt. Ja, so, jetzt sind es noch sechs insgesamt. Uff. Oh nein, nein. Oh, scheiße. Ich habe das Gefühl, sie sind ein bisschen verbuggt. GTA 5 wird gerade ausgeliefert an die Läden. Es gibt wieder neue Infos hier. Aha. Also... Hörst du? Ja. Heißt so viel wie... Ist jetzt auf jeden Fall im Internet nachher. Steckst das überhaupt nicht. Das Spiel... Das letzte, diese... Das Spiel, diese Generation. Jo. Fünf. 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 Junge, es sind nur noch fünf Stück. Du bist ganz alleine. Naja, ich mache das schon irgendwie, aber... Muss es machen. Hier. Oh, scheiße. Oh, der ist ja oben. Shit. Drei. Zwei. Aber nur noch ein Schuss. Das heißt, einen muss ich noch so killen. Eins. Junge, einen und dann lebe ich wieder. Jetzt lass dich bloß nicht pumpen, Alter. Null. Oh Gott. Hör auf. Sie sind bereit für einen anderen Run an dich. Hä, wieso habe ich denn nur drei Takedowns jetzt bekommen? Ja, ich lebe nicht. Die Schwer sind auf derzeit nicht mehr zu Recht, was er weiß. Wir haben das, was er weiß. schon alles auf schon na Ah, fuck. Egal, ich hab den. Muss auch, da kommen jetzt voll viele Leute raus. Meinst du kommst da raus, oder soll ich von hinten auch angehen? Komm raus. Der Target ist neutralisiert. Wir haben das Gefühl. Ah, ich bin ein Idiot. Wobei doch nicht, ich hab einfach nur scheiß Glück. Ah, okay, wir laufen jetzt alle langsam wieder weg von da. Mann, du sollst da hoch springen, nicht die scheiß Tür zu machen. Mann. Ich brauche hier ein paar Hilfe. Das machen wir. Mann. 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 Schalte, neben mir gespawnt. Dicke auch noch. Gar nicht gut. Rennen die jetzt raus hier? Da hinten die. So, dem einen bin ich auf den Kopf gesprungen. Also der Dicke, das wird dann der sein, der läuft da jetzt, ist gerade auch glaube ich runtergelaufen. Der müsste jetzt unten sein. Geschmack! Reespawn! Bitte? Respawn Achso, wieder hier drin Keine Ahnung Kommt hier, nein der ist draußen Moment sind nur die da die da draußen rumlaufen die auch alle markiert sind Oli, die Schirke Oli, die Schirke Hast du versucht den da einzuschläfern? Ja, ich habe bestimmt schon Oli, die Schirke Oli, die Schirke Oli, die Schirke Oli, die Schirke Komm doch jetzt hier hoch, ne? Mhm Gut, ich häng schon Ich habe den Dick, den du gerade einschläfern wolltest, genockt Der wollte unter mir reinlaufen Oli, die Schirke Ah, jetzt kommt einer Oh, jetzt kommt einer Oh, nichts zu sehen hier Oh, jetzt kommt einer Everyone spread out, let's search. He's down. Loh. Eh? Wait, I think he's still alive. He's down. He's there. So, bei mir ist wieder sauber. Naja, kannst du jetzt erstmal, glaube ich, runterkommen. Ah ne, Quatsch, ne, ne, bleib mal schön da. Links sind ja noch zwei in dem Raum da. Der eine kommt jetzt auch, glaube ich. Oder auch nicht. Pfff. We're coming here. We're coming here. We're coming here. Okay, keep searching. He's not even in the room here. Now they're coming in. Sure. Everyone start searching. I think we've got an intruder. Everyone, spit up and keep looking. Be careful. Target neutralized. So good. There's another one. Naja, I know, but you're doing it now, right? Yeah. Everyone start searching by target. Okay. Nur noch sechs. Ich sehe drei jetzt. Okay, einer ist noch hier drin. Alles klar auf deiner Seite? Nicht. Nichts? Nichts hier. Nein, einen dicken haben wir noch. Pass auf, da oben läuft auch einer links zu dir. Der kommt da jetzt gleich links neben dir runter. Ist die gerade beide abgeknallt? Ja. Ha, geil. Aber wo eine her? Kommt doch nicht runter. Es sind nur noch die beiden, die da oben rumrennen. Beides dicke. Ich habe die dritte. Und jetzt geht's doch noch ein Stück. Ich bin doch Cartier. Ich bin doch dafür. Ich bin doch, ich bin doch. Ich bin doch nicht, aber auch nicht. Ich bin doch nochmal hier. Ein Ding. Ich bin doch ganz gut hier. Ich bin doch immer der Vorles. Ah, mein Gott, ey. Geht doch. So, jetzt aber raus hier. Weg hier.